Ein super leckeres vegetarisches Keto-Rezept. Ketogene Blumenkohl Brokkoli Thaler mit Avocado-Creme. Dafür schnappst du dir einen halben TK Brokkoli und einen halben TK Blumenkohl. Und das hackst du jetzt beides mit so einer Küchenmaschine klein. Das gibst du jetzt in eine Schüssel. Das gleiche machst du auch mit dem Brokkoli. Zwei Eier dazugeben, 200 Gramm geriebenen Cheddar hinzufügen, zwei Esslöffel Mandelmehl und zwei Esslöffel Flohsamenschalen. Salz, Pfeffer, Knoblauch und Paprika hinzufügen. Einmal alles gut durchmixen. So eine leicht feuchte Masse sollte entstehen. Dann schnappst du dir ein Backblech und legst das mit Backpapier aus. Für 25 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Ofen schieben. In der Zwischenzeit mixt du zwei Avocado mit einem Esslöffel Frischkäse, Salz, Pfeffer und Chili zusammen. Und so habe ich mir das vorgestellt. Einfach so ein bisschen von der Avocado-Creme drauf. Göttlich.